Musik Hallo, mein Name ist Claudia, ich bin in der LPD Wien fürs Recruiting zuständig. Ich bin heute gemeinsam mit dem Franz am Räumannplatz gekommen, um möglichst viele neue Kolleginnen und Kollegen zu finden. Wir haben insgesamt vier Termine im 14-tätigen Rhythmus und wir freuen uns auf euer Kommen. Bis bald! Musik Hallo, grüß euch, ich bin die Karin, ihr kennt mich vielleicht aus dem Wachzimmer Ottergring. Die Recruiting-Team von der Claudia und von Franz sind heute bei mir am Uebenplatz unterwegs und unterstützen die Polizei bei der Aufnahme. Und ich bin da auch anwesend heute und freue mich natürlich über jeden Besuch, der da bei uns vorbeikommt. Und hoffe, dass wir unser Anliegen unter die Leit bringen können. Musik Die Sommer-Tour war für uns die Möglichkeit, trotz Corona in einer Zeit, wo wir einfach nicht in Räume gehen können und Leute zu uns in die Polizeidirektion einladen hat können, wo wir einfach trotzdem die Möglichkeit bieten konnten, unsere Erfahrungen und unsere Infos, die wir gern weitergeben, weiter zu verbreiten und bekannt zu machen. Nach der Sommer-Tour würden wir jetzt gerne am 8. September wieder zu unserem Recruiting-Day einladen und den werden wir diesmal in der Rosauer Kaserne veranstalten. Und wir freuen uns über viele Anmeldungen und viele interessierte Personen, die zu uns kommen. Musik 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 Musik